hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video ich möchte heute ein react video aufnehmen und zwar auf ein video auf ein react video ja egal ihr werdet es schon sehen in diesem video es geht los keemster intro ist aber glaube ich ein template template ich bin mir nicht sicher aber kann gut sein reaktion videos gibt es aber auch gute kleingans zum beispiel finde ich ganz gut ich würde ich sagen mache ich ein video von meinem besten freund ein wunderbares video zu den reaktion videos gemacht hat insoweit gucken uns das doch mal an hallo meine lieben freunde ich grüße ihn auch so irgendwie es juckt dann immer an der nase wenn man aufnehmen würden sonst nie in youtube deutsch natürlich man reagiert einfach nur noch ja du guckst dir sachen an youtube ist wie wir gerade oder ich hier übrigens einen schlechten score von den tags her also ich hätte dann noch mehr tags reingeballert das stimmt das stimmt diesen trend den reite ich auf jeden fall mit weil du bist einfach du brauchst die klicks und das money jetzt zu weihnachten irgendwas muss ich meiner mutter ja circa ein drittel so viel wie hier news time schätze ich mal weil er ja mir ist da macht eh gute klicks hat der change mr trash pack hat noch zwei millionen also hat auch zwei millionen ist noch mehr aber noch wenn man die größte vergleicht so ein kleiner trend wäre bei 300.000 klicks auch nicht so verkehrt gut wir machen den trend jetzt einfach mal mit auch wieder schenken deswegen habe ich mir gedacht ich werde mir einfach mal so ein video rauspicken und das ist gut wenn man sich das denkt habe ich mir auch gedacht aber ich wäre ja nicht euer behind wenn ich nicht den geilsten trick drauf hätte ich schaue mir nicht die viralen videos an sondern ich gucke mir einfach einen von denen an die darauf reagieren ich guck mal einen drauf an der darauf reagiert und wieder jemand also ja er versteht schon hoffe ich der guckt sich ein messer video an habe ich mir gedacht das ist auch ein ultrakrasses video müsste ich auch zehnmal machen irgendwas durchschneiden ich glaube ich mache aber ohne erhitzen sondern einfach so käse durchschneiden lassen kommt sicher auch krass nicht gut alles verstanden das ist heftig ok hey du kannst aufhören krass scheiße pfff ist aber echt heftig wo ist jetzt der sinn fuck leute was bringt dir das das denke ich mir bei deinem video auch ja leute danke dass ihr mir wieder eingeschaltet habt ah das kann ich übrigens sagen äh akkurat bringt sicher 500 euro minimum oder so ja 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 und das ist ganz besonders gibt doch like und comment leute damit ihr euch abholt auf jeden fall leute auch like und comment ganz wichtig aber es ist null uhr gib mal like wenn bei euch auch schon mal null uhr war richtig nice richtig nice und ich kündige jetzt hier was an es wird demnächst eine 24 stunden eingesperrt challenge bei davidhain zuhause mhm 24 stunden challenges haben wir ja auch schon auf dem kanal im eigenen zimmer ich meine wir haben auch baden in videos in luft lol das ist eine krasse ankündigung ich werde irgendwie heimlich dann am hausmeister vorbei das werde ich mal anschauen und dann 24 stunden eingesperrt bei davidhain das ist ja alles ich werde eine reaction video auf das video machen auf jeden fall ich bedanke mich für jegliche form der aufmerksamkeit der link zu davids äh video befindet sich unten ebenso nicht in der beschreibung und bis zum nächsten mal gehofft euch wohl euer mich ich dachte Herr Newstam ist real das überprüfen wir jetzt so Herr Newstam noch real ist hallo so gut es war die längste Zeit hier willst du youtuber in dem fall hier eine falsche aussage aber ich hoffe euch hat das video auf jeden fall gefallen und äh ja bis zum nächsten mal ciao lol ja ciao